Und jetzt haben wir die Endzeit-Halsbremse. Es kommt so aus. Na, wir warten mal langsam. Einzug und Signale nehmen. Zwei Seizus, Seizus. Drei haben wechselt, Handel wechselt und ein Hubschritt an der Ende. Vierter ist, wirken die Klammer ein, die von Spuren. Und Einzel, eineinhalb, drehen. Sech Kurzschritt, sieben, return und acht Rutschritt. Und die merken, dass wir haben mit unserer linken Hand angefangen und mit der rechten Hand geendet. Und jetzt ist alles zusammen so, sieben, acht, Signale. Seine Hand wechselt, am linken und auf, zurück, zurück, zurück. Komm!